Wenn ich nur Comedy mache, wenn ich wirklich nur Comedy machen würde, warum lachen die Gegner am Ende nicht? Jeder weiß, in diesem Rap-Scheiß könnte Cynic nie mit mir ficken, okay? Aber ganz sicher hat er eine Chance. Auf jeden Fall hat er die. Aus bestimmten Gründen, wenn du verstehst, was ich meine. Herzlich Willkommen in der Battle Mania Champions League. Wenn ich Comedy mache, warum sieht Bonk Teggy aus wie sieben Tage Regenwasser? Warum beschwert sich Jack Dragon nach zwei Runden? Warum kacken die Freunde von Cassius Clay ab in der zweiten Runde? Wenn das lustig ist, warum lachen die dann nicht? Bitch, es ist Mighty. Verschieße. Ob ich siehe, ist sicher. Teg, tsch. Junge, Junge. Da kannst du mich genauso gut fragen, ob ein Bär im Wald scheißt. Wann hab ich meine? Es wird auf jeden Fall mit Abstand das unangenehmste Match, was Mighty Moe jemals zu bestreiten hatte. Besser, du tauchst ab, so wie eine Seeschlange. Ich laufe an Halloween mit einer Fehlgeburt drum und gehe als deine Hebamme, okay? Dass die Seele von seiner gottverdachten Uroma im Jenseits um Gnade fleht. Verstehste? Verstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehstehsteh